Hey Leute! Heute zieht meine beste Freundin bei mir in Roblox ein. Oh mein Gott, Mina, freust du dich schon? Ja, natürlich! Ey, du willst einfach bei mir in Roblox wohnen, das wird so krass. Leute, lasst jetzt alle ein Like da und nicht vergessen, alle einen kostenlosen Abonnenten lassen. Dann haben wir bald die 100.000 auf unserem Account. Ja! So Mina, was machen wir als allererstes? Ein Haus kaufen. Ey, guck mal, was für Besties wir sind. Haben wir auch dasselbe heute an? Fast, oder? Fast. Guck mal, was hast du denn an? Oh mein Gott, Barbie T-Shirt, ich hab auch ein Barbie T-Shirt, das ist so cool. Und wir haben beide eine pinke Hose. Wir haben beide eine pinke Hose, ne? Ja. Oh, deins hat so ein, siehst du das, hat so ein Herz an der Jeans, cool. Na dann lassen wir jetzt so unser Traumhaus fahren. Okay. Wir müssen das jetzt auch mieten, ne? Ich bin der Beifahrer, ne? Okay, du sitzt beim Beifahrer, ich bin der Fahrer. Okay, let's go! So, wo muss ich am besten hinfahren? Einfach zu den Häusern? Ja, Johnson. Ja? Darf ich ein Haus aussuchen? Natürlich darfst du ein Haus aussuchen. Gibt es auch in diesem Server ein Barbie Haus? Äh, nee. Ey, was sagst du? Soll ich hier Häuser haben, neben dem Wasser hier? Äh, ganz oben. Ganz oben? Ich will schöner finden. Ah, okay, okay. Oder nee, ich hab ne Idee. Ja? Ähm, wir müssen aber dafür den Auto wegmachen. Okay, worum gehen wir dann? Dann müssen wir einfach nur so auf das Haus drücken. Aha, hier direkt? Nein, nein, hier an der Seite. Ah, ja? Ah, wir suchen uns jetzt ein Haus schon. Okay, okay, dann machen wir das so. Aber am Strand suchen wir den. Oh, das wird cool. Okay, wo genau? Guck mal, hier nicht, hier nicht, da auch nicht. Wo ist es? Nah am Strand, Mina. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, hier. Guck mal, Ausblick zum Strand. Nicht nah am Strand, sondern hier. Oh, hier, guck mal, im Lenkhaus. Haus Nummer 35. 35? Oh mein Gott, das hier? Ja. Direkt am Strand? Ja. Okay, komm, kaufen wir. Wir gehen jetzt da hin. Let's go. Du bist ja schon da. Ja. Oh mein Gott, kaufst du das dann erst da? Okay. Okay, let's go. Wow, hier wird schon langsam dunkel. Wir müssen ein Haus bauen. Schnell, bevor es dunkel wird. Leute, seht ihr das? Es ist einfach dunkel geworden. Oh mein Gott. Und für welches Haus entscheiden wir uns jetzt? Äh, mach du ein Haus. Okay, ich mach jetzt ein Haus. Dann entscheiden wir uns den. Den hier? Nein. Äh, wir müssen das hier. Okay. Okay, nehmen wir uns den. Okay. Oh mein Gott, Leute, unser Haus wird jetzt gebaut. Da ist zum Glück Lichter. Da können wir da reingehen. Guck mal. Wow. Ich hab's ja nicht kommen. Kommst du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du schon drin, ne? Äh. Oh mein Gott, Leute, wir schauen uns das Ganze jetzt an. Guck mal, wir haben drauf mit LED-Lichter. Das ist richtig cool. Jansel weiß, was ich jetzt hier aufstelle. Ey, Mina, wo bist denn du eigentlich? Ich find dich nicht. Von der Haustür. Wo denn? Hier ist meine Haustür. Ach da, komm mal rein jetzt. Warte mal. Guck mal, was ich mache jetzt. Zeig mal her. Mina, bist du nicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht, Mina? Du musst einfach auf den Rucksack drücken. Auf den Rucksack? Und danach hier hin. Auf Brub. Und danach hier hin. Brubs auspacken. Und danach... Oh mein Gott. Leute, was wir Mina hier für neue Sachen erklärt, das wusste ich nicht. Boah, guck mal, was ist hier alles... Guck mal, was ist hier meine Toilette? Eine Toilette? Nein! Mina, wir müssen es richtig cool machen. Okay. Was ich am allerkrassesten fand, war dieses pinke Zelt hier. Guck mal das an. Ey, wo ist jetzt mein pinkes Zelt? Ist es das hier? Nein. Hä? Du musst es ja aufstellen. Du musst irgendwo... Ach so, muss ich das jetzt so machen? Nein, nein. Du musst... Hier? Und dann? Ja. Jetzt ist es funktioniert. Oh, lass Fehler davon machen. Was ist denn das mit dem weißen Mina? Also ich weiß, wir wohnen jetzt zusammen in einem Haus, aber wir können doch jetzt nicht so hässlich machen. Ich meine, okay, jeder hat verschiedene Geschmack. Wenn Sonne ist. Wenn Sonne kommt, dann... Dann ist das gut? Ja. Okay, okay. Vielleicht einen machen. Okay, eine ist besser, eine ist besser. So wieder, jetzt würde ich sagen, wir gehen mal rein und schauen, was wir drinnen alles umändern können. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wo unser Rucksack ist. Vielleicht können wir noch ein paar andere Sachen hier auspacken, oder? Ja, vielleicht so wie ein Schminktisch. Oha, ja. Sollen wir unser Schminktisch einfach hier vor der Tür machen? Sollen wir da hinten so eine Schminke-Ecke machen, hier hinten? Okay. Komm, wir machen hier einfach eine Schminke-Ecke. Siehst du das? Guck mal, hier ist sogar ein ganzes Viereck. Da können wir jetzt einfach alle unsere coolen Sachen reintun. Okay. Sollen wir beide einen eigenen Schminktisch haben? Ja, komm, komm her. Ich sehe dich. Du kommst gerade zu mir. Komm. So. Okay. Dann schaue ich mal, was ich jetzt im Rucksack habe. So. Ich habe schon einen Schminktisch. Rob, hast du schon einen Schminktisch? Ja. Oh mein Gott, du hast dich schon aufgebaut. Ich schaue mal deins an. Okay. Hä? Das ist voll cool. Aber gibt es das nicht im Pink? Äh, nein. Schade. Das wäre richtig cool, oder? Ja. Okay. Dann schaue ich mal, was ich hier aufstellen kann. Du musst einfach nicht hier. Genau. Zurück gehen. Ah, hier. Ich nehme jetzt auch... Guck mal, es gibt sogar pinke Herzen. Ja, Lichter. Oh mein Gott, ist das cool. Ich glaube, das sind Lichter. Nein, du musst hier gedrückt halten. Ah, verstehe. Wow, guck mal. Oh, ich kann richtig viele machen. Ja, lass uns überall am Boden machen. Lass uns überall irgendwelche machen. Wow, das ist so cool. Leute, schaut euch das mal an. Hä, das ist mega cool. Ja, ne? Oh, wie schön ist das, ey? Stell dir mal vor, im echten Leben, wir hätten so ein Beste-Freunde-Haus. Am Ende war ein Teentagshaus. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Weintags-Haus. Ja. Obwohl es ein Beste-Freunde-Haus sein sollte. Leute, wir machen jetzt hier ein bisschen Pink. Oh, ey, das ist so cool. Hätte ich noch mal einfach angewusst, dass sowas geht, ja? Soll ich für dich auch einen Schminktisch aufstellen? Ja, stell mir mal auch da hinten einen Schminktisch auf. Weil du machst neben mir oder andere Ecke? Ähm, ich weiß nicht. Ich setze mich hier kurz hin. Ich warte, bis du da was Tolles aufbaust. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Sieht mega gut aus. So, Mina, bevor Tageslicht kommt, lassen wir jetzt in die Wohnung gehen. Und lassen wir schauen, was wir in der Wohnung ändern können, okay? Okay, dann sollen wir nachher draußen weitermachen? Genau, wir machen nachher draußen weiter. Weil gleich kommt Tageslicht und dann, ja, müssen wir mal jetzt ein bisschen hier umschalten hier. Ja. Okay, jetzt sind wir drinnen. Was sind das denn für Treppen? Was sind das denn für Treppen? Können wir die irgendwie umändern? Guck mal, hier schläfst du dann und ich schlafe dann oben. Genau, hier schlafe ich. Sleep? Ich habe sogar... Wow. Ein Schelm. Guck mal, wie cool es stimmt. Du bist genau gegenüber. Ja, ich habe ein Schelm. Wow, ist das so cool. Guck, ich kann dich einfach immer besuchen. Ey, denkst du, ich kann hier mein Laptop hin tun? Jansen? Ja? Kannst du eine Spreundschaftsanfrage machen, damit ich auch schlafen kann? Natürlich. Hier, muss ich einfach auf dich rausdrücken? Äh, nein, du musst dein Tablet erstmal wegmachen. Oh, Entschuldigung. Ich bin die ganze Zeit am Tablet dran. So, also, ich muss jetzt auf dich rausdrücken. Und dann auch hier auf. Auf Mitbewohner? Okay. Jetzt bist du mein Mitbewohner geworden. Oh mein Gott. Ey, nein, 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 nein. Ah, wieder. Leute, ab jetzt ist wieder offiziell mein Mitbewohner. Ist das cool. Weißt du, was ich eigentlich feier? Ja? Wieder, wieder, wieder. Guck mal. Von meinem Schlafzimmer kann man einfach aufs Meer gucken. Denkst du, wir können gleich den Sonnenaufgang sehen? Ja, warte. Mal schauen, ob es bei mir auch so ist. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob es bei dir auch so ist. Ja. Bei dir auch so? Kannst du auch rausgucken? Ja. Mega cool. Bei mir ist oben so ein Dach. Ich gucke mal, wenn ich liege, kann ich hochgucken. Echt? Ich auch? Guck mal. Oh mein Gott, schau mal. Wow. Guck mal, siehst du die Sterne? Da oben? Ja. Wow, ist das cool. Okay, mal schauen, was wir hier noch ändern können. So, was können wir da noch ändern? So, können wir da irgendwas drauf tun? Irgendwas Pinkes vielleicht? Sollen wir in unser Rucksack mal schauen? Ja. Okay. Wie wäre es denn, wenn wir hier auf Props gehen? Dann gehen wir auf Props. Vielleicht stellen wir so einen Spiegel hin. Ah, das funktioniert nicht. In unserem Schminktisch haben wir doch schon einen Spiegel. Also, draußen haben wir schon einen Spiegel. Ah, okay, okay. Aber das können wir hier nicht draufstellen. Ah, guck mal, hier ist einer. Doch. Hier finde ich den eigentlich auch ganz gut, bevor wir losgehen. Können wir doch immer draußen da machen. Findest du es hier nicht gut? Äh, ich habe mir wieder was... Okay, ich habe es wieder, ich habe es wieder weggenommen, okay? Das ist, wenn wir es neben unser Bett machen. Oh, stimmt. Sollen wir es mal probieren? Ja. Weil ich meine, man steht hier... Oder warte mal. Wir gehen ja, wenn wir aufstehen, erstmal ins Bad. Oder nicht? Guck mal, und da ist auch schon so ein Get-Ready-Tisch. Egal. Egal. Wir machen jetzt trotzdem einfach neben unser Bett so einen Schminktisch, oder? Ja. Schau mal, ob du das schaffst. Ich schaue mal auch, ob ich das schaffen kann hier. So, einfach hier. Hier hinter mache ich jetzt einen Schminktisch. So, gehen wir mal auf die Kiste raus. Ich habe schon einen. Hast du bei dir funktioniert? Bei mir auch. Warte, der war nicht so gut? Bei mir auch nicht so gut. Der war auch nicht so gut? Jetzt doch, jetzt sieht der gut aus. Guck mal. Stell dir mal vor, guck mal. Wie soll es sein, dass es bei dir pink ist? Bei mir ist der pink. Welche Form ist der bei dir? Bei mir ist das nicht pink. Soll ich dir ein pinkes von mir geben? Na bitte. Okay, bei dir ist der einfach silber, sehe ich gerade. Ja. Okay, okay. Guck mal, ich packe ihn jetzt zu dir hier rauf. So, pack mir deinen Schminktisch aus. Ja, es gibt verschiedene. Es gibt pink und durch durch durch. Ja, ich habe sofort pink genommen, du weißt doch. Die erste Form, für die ich mich entscheide, ist immer pink. Aber du wusstest nicht, dass du Silber gibst. Nee, das wusste ich echt nicht. Oh, guck mal raus. Kannst du deinen Tisch wieder weg machen? Kann ich weg machen, warum? Ich möchte meinen eigenen ausziehen. Achso, natürlich. Du weißt nicht, bei welcher Stelle ich mich. Ah, okay, okay, okay. Hier. So, den nehme ich jetzt weg. Den habe ich weggenommen. Jetzt kannst du wieder ein neues machen, okay? So. Leute, also das ist unser ganzes Haus. So sieht das aus. Ich und Mina haben unser Schlafzimmer oben. Draußen hatten wir halt unser Balkon. Hier haben wir eine ganz kleine Ecke. Warte mal, die ist mir ein bisschen zu leer. Ja, da machen wir jetzt mal noch so einen Mond hin. Hier, ein paar Monds. Guck mal. Wow, sieht das cool aus. Viel besser. Guck mal, wie das hier leuchtet. Wow, das leuchtet jetzt extrem. Ja, Johnson. So, ja? Sollen wir in der Toilette einen Spiegel aufstellen? Das können wir auch noch machen. Und, Leute, die unterste Etage ist eigentlich nur noch die Toilette. So, am besten stellst du hier noch so einen Spiegel hin, oder Mina? Ja. Genau. Das ist sogar perfekt, der, den du gerade hast. Der war perfekt. Und sonst, Leute, haben wir gar nichts mehr in diesem Haus. Das ist unsere ganze Wohnung. Das sieht so cool aus. Guck mal. Und cool, cool. Wenn wir Lichterketten machen, Johnson, komm mal ins Haus. Komm mal ins Haus. Guck mal, ich kann Lichterketten aufstellen. Wow, Leute. Mina, das ist die beste, beste Freundewohnung ever. Ja, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, das war es jetzt von unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unsere beste Freunde Haus ist so schön geworden. Lasst alle ein Like da. Und, Leute, in der Videobeschreibung ist ein Link von meiner WhatsApp-Gruppe. Da könnt ihr jetzt auch alle rein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bye-bye.